Könnte sich der Innenminister einen solchen Anschlag auch in Hamburg, Stuttgart oder Berlin vorstellen? Wir sind ja nicht erst seit dem Anschlag sehr gewarnt. Die Formulierung, die Lage ist ernst. Wir haben Grund zur Sorge und Vorsorge, nicht aber zu Angst und Panik, verwende ich seit einigen Wochen. Die Zahl der sogenannten Gefährder ist so hoch, wie wir sie nie hatten, bei ungefähr 260. Das sind Menschen, die wir für gefährlich halten. Wir sind natürlich auch konfrontiert mit den sogenannten Reisenden, den Dschihadisten, Syrien und Irak. Wir kommen sicher noch darauf, sodass wir auch als Raum der Freiheit, wie Frankreich, als diejenigen, die gegen den sogenannten islamischen Staat, gegen den islamistischen Terror kämpfen, auch ein Raum der Gefährdung sind. Allerdings gibt es keine konkreten Hinweise auf eine Anschlagsplanung in Deutschland. Aber man hört daraus, Sie waren eigentlich nicht wirklich überrascht, dass so etwas passiert, jetzt in Frankreich. Sie sagen, es könnte im Prinzip auch hier passieren. Musste man im Grunde damit rechnen, dass es eine Frage der Zeit ist, dass ein solches Attentat ausgibt? Ich will jetzt nicht sagen, es könnte auch hier passieren, sondern ich bevorzuge die Formulierung, ein solcher Anschlag ist auch in Deutschland nicht auszuschließen. Und er ist auch nicht durch noch so gute Polizeiarbeit zu verhindern. Wenn Sie sagen, ich bin nicht überrascht gewesen, das stimmt auch nicht. Selbst wenn man immer als Innenminister in so einer Lage auf der vorderen Stuhlkante sitzt, innerlich, wenn es dann geschieht, ist es immer ein Schock. Verblüffend war ja die militärische Präzision und die geradezu kalte, brutale Entschlossenheit, mit der die Täter offenbar vorgegangen sind. Die gehörten ja keiner Gruppe an. Geht die Gefahr auch hier in Deutschland jetzt von Einzeltätern aus, die eben nicht organisiert sind, die sich alleine zu zweit, zu dritt vielleicht zu einer solchen Tat entschließen könnten? Ich kann nicht bestätigen, was Sie sagen, dass Sie keiner Gruppe angehören. Wir wissen es noch nicht. Und wir sollten auch vorsichtig sein bei der Beurteilung der Täter, deren Hintergründen. Die Tatbegehung jedenfalls spricht für nicht nur brutalste Gewaltanwendung, kaltblütigster Art, sondern auch für ein hohes Maß von Professionalität. Das kennen wir von Al-Qaida zum Beispiel. Aber wir wissen es nicht und ich möchte darüber schon gar nicht aus dem Ausland spekulieren. Mein französischer Kollege hat mich und einige Kollegen eingeladen für Sonntag 11 Uhr. Dort werden wir zusammentreffen, um uns solidarisch zu zeigen, um Informationen auszutauschen, um auch zu überlegen, was in unseren Ländern zu tun ist. Was die Lage bei uns angeht, so haben wir natürlich nach wie vor die Bedrohung von Al-Qaida. Und hinzugekommen ist, dass, was Sie sagen, Einzeltäter-Rückkehrer. Wir haben vielleicht 180 kampfabhobte Rückkehrer aus Syrien und dem Irak, die möglicherweise bereit sind, Anschläge zu machen. Und die haben Sie im Visier, die werden überwacht. Das war ja die Frage, die nach den Einzeltätern. Man liest für jeden, der überwacht werden soll, rund um die Uhr, braucht man im Grunde 60 Mann, 60 Beamte, die das machen. Da stößt doch einfach die Sicherheit an Grenzen, oder? Das kann man nicht darauf machen, aber ich will Ihnen auch sagen und auch gerne unseren Zuschauern sagen, wir haben seit Jahren einen Maßnahmenkatalog vorbereitet für solche Fälle, auch für Terroranschläge im Ausland, die wir jetzt auch anwenden. Nicht nur im gemeinsamen Terror- und Abwehrzentrum, sondern auch in anderer Weise. Zufällig hatte ich am gleichen Tag die Chefs der Sicherheitsbehörden bei mir, wir haben darüber beraten. Es gibt einen engsten Fahrplan, wie das dann im Einzelnen abläuft. Es gibt eine immer neue Gefährdungsbewertung, auch was Einrichtungen angeht, in dem Fall journalistische Einrichtungen, französische Einrichtungen. Wir gucken uns in besonderer Weise die Gefährder an. Wir sind besonders wachsam, wir fahren gewissermaßen Maßnahmen hoch für solche Anschläge, das ist geschehen. Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass wir das tun, was wir können. Allerdings bitte ich um Verständnis, dass ich über die Details aus taktischen Gründen nicht viel sagen will. Aus Frankreich wissen wir ja, Herr Innenminister, dass es in den letzten Tagen und Wochen eine ganze Reihe von Anschlägen gegeben hat, die nicht ganz so spektakulär waren. Und der französische Präsident hat gestern gesagt, es seien in den letzten Wochen auch sechs Anschläge, große Anschläge möglicherweise, verhindert worden. Gilt das auch für Deutschland? Waren die Behörden in den letzten Wochen, Monaten so erfolgreich, dass sie Anschläge verhindert haben? Das kann ich nicht bestätigen, dass wir Anschläge verhindert haben. Aber wir haben natürlich viel gemacht. Ich habe das Betätigungsverbot für den sogenannten Islamischen Staat erlassen. Wir haben über 400 Ermittlungsverfahren. Jede Woche wird von der Bundespolizei jemand an der Ausreise gehindert. Wir hindern Betreffende an der Wiedereinreise. Wir haben Durchsuchungen. Wir finden auch Waffen in Wohnungen. Das heißt, in einem sehr frühen Stadium greifen wir ein, wenn es möglich ist. Nicht alles erzählen wir dann der Presse, weil wir natürlich auch Strukturen, Hintermänner und Ähnliches versuchen wollen, herauszukriegen. Ob wir dadurch einen Anschlag konkret verhindert haben, so weit würde ich nicht gehen. Das heißt aber nur noch mal zur Klärung. Sie haben im Moment auch keine Kenntnisse über eine Anschlagsplanung. Es gibt keine konkreten Hinweise über eine solche Anschlagsplanung. Aber zu diesen Maßnahmen, die wir gewissermaßen hochfahren, jetzt aber auch in vergleichbaren Fällen, gehört auch, dass wir alle uns vorliegende Hinweise noch einmal durchgucken. Telefonüberwachungsmaßnahmen, alles was es dort gibt, um zu gucken, ob es im Blick auf diese Lage vielleicht eine neue Lage gibt. Im Moment kann ich das noch nicht sagen. Aber wir tun, was wir können, denn jeden Tag kann eine neue Lage sein. Und das ist das, was jetzt ansteht. Das ist so ein bisschen jetzt die Sicherheitslage gewesen. Nun sehen wir ja schon in Frankreich und in Ansätzen auch hierzulande, dass eine Debatte über die Integration und die Grenzen der Integration beginnt. Erwarten Sie eigentlich auch hier jetzt nach diesem brutalen Attentat negative Auswirkungen auf das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen? Das versuchen ja einige. Und dadurch, dass Sie die Worte, ich fürchte mich vor der Islamisierung, mit dem Satz, ich fürchte mich vor dem Islamismus, gleichsetzen, das ist schäbig. Ich habe auch Sorgen vor Islamismus. Und alles, was wir die letzten Minuten besprochen haben, zeigt das. Wir kämpfen gegen den sogenannten islamischen Staat. Wir kämpfen gegen Salafismus. Wir sind hart als Rechtsstaat unterwegs im Blick auf diese Formen von islamistischem Fundamentalismus. Das ist aber etwas ganz anderes als eine angebliche Sorge vor einer Islamisierung. Die ganz große Mehrheit der Muslime, die bei uns leben, sind rechtstreu, bekennen sich zu unserem Land, zum Vorrang des Rechts. Sie halten der Fußball-Nationalmannschaft die Daumen, sie zahlen Steuern, sie wollen nichts damit zu tun haben. Und ein Teil dieser Täter, oder die das jetzt instrumentalisieren, wollen uns in eine Religionsdebatte, in einen Religionskrieg hineintreiben. Und dem muss man hart widersprechen. Sie beschwören das ja geradezu, Herr de Maizière, in den letzten Tagen, diesen Konsens zur Integration. Aber es gibt Zweifel in unserer Bevölkerung. Und über die muss man schon reden. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung, die gerade heute erschienen ist, besagt, dass 57 Prozent der Nicht-Muslime in Deutschland den Islam für bedrohlich oder sogar für sehr bedrohlich halten. Und diese Werte steigen kontinuierlich in den letzten Jahren. Belegen diese Zahlen doch nicht auch, dass es diesen Konsens nicht gibt? Nun gibt es nicht nur diese Studie, sondern es gibt sicher, ich würde es mal aber durchaus hart formulieren, so etwas wie ein Generalverdacht über die Frage, ist der Islam demokratiefähig? Das ist so. Und da muss ich gar nicht jetzt auf Pegida warten und von denen irgendwie uns die innenpolitische Agenda dominieren lassen. Diese Frage gibt es. Und die Frage ist auch berechtigt, wenn die Bürger diese stellen. Und wie beantworten Sie sie? Und ich wollte erst mal das aufnehmen, dass es jetzt keinen Sinn macht, so zu tun, als gibt es nicht diese Fragen. Wir drei und unsere Zuschauer haben wahrscheinlich gelernt, dass es ein Segen für Europa war, dass es gelungen ist, von Prinz Eugen und anderen die Moslems vor Wien zurückzuschlagen und die europäische Geschichte anders geworden wären. Das ist alles wahr. Aber die Millionen von Moslems, die hier leben, beweisen jeden Tag, dass die Vereinbarkeit von islamischem Leben in Deutschland und der Demokratie funktioniert. 120 Gelehrte der ganzen Welt haben jetzt gesagt, die Berufung der Gewalttäter auf den Islam hat nichts mit dieser Religion zu tun. Ich sehe in dem, was Sie sagen, eine Chance, in der Lage, in der wir jetzt sind, dass dort es zu einem neuen Abbau eines solchen Generalverdachts kommt. Die Islamverbände haben sich distanziert. Aber es scheint doch so, Herr Minister... Es ist breiter, das will ich gerne auch sagen, morgen werden von jeder Moschee in Deutschland, wird diese Gewalt verurteilt. Das heißt, ja, es gibt diesen Generalverdacht. Aber wir müssen alles dafür tun, um ihn abzubauen. Aber es gibt doch nicht nur einen Verdacht, es gibt doch auch den Eindruck, dass die Verbände, die Gelehrten, die Theologen sich sozusagen nicht durchsetzen können. Und ist es nicht eine Erkenntnis gerade des gestrigen Tages, dass es, wenn auch nur in Einzelfällen im Islam, schon eine gewisse Anfälligkeit gibt für Extremismus, Brutalität, Grausamkeit? Nein, das geht mir zu weit, zu sagen, dass es im Islam das gibt. Es gibt Menschen, die sich darauf berufen. Wir haben im Christentum eine große Debatte, wenn ich mal unsere Zuschauer da erinnern darf, was ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Sozusagen das Alte Testament oder das Neue Testament ist die Botschaft der Versöhnung, das ist etwas Neues, daran haben wir Christen auch erst gearbeitet. Aber ich finde diese Debatte auch innerhalb der Muslime, die ist richtig. Die können Sie auch am besten führen. Und das Beste gegen diesen Generalverdacht, den ich nochmal sehe in der Bevölkerung, ist, dass wir dagegen anarbeiten. Interessant ist, dass da, wo viele Moslems leben, wo es viele Begegnungen gibt, sind die Zahlen geringer. Und wir kennen das früher, es hieß sozusagen, die Türken sind vielleicht doof, aber mein türkischer Gemüsehändler um die Ecke, der ist gut. Das kennen wir sozusagen aus dem alten West-Berlin. Und diese Art von Begegnung ist ganz wichtig. Ich weiß aber, wir müssen diesen Verdacht, wir müssen diese Kritik sehen und uns daran abarbeiten. Genau. Und die Frage ist, ob Sie sozusagen die richtigen Mittel finden. Sind möglicherweise Islamkonferenzen und Integrationsgipfel nicht das Richtige, wenn nach wie vor 60 Prozent der Bürger meinen, dass der Islam mit den westlichen Werten nicht zu verhindern ist? Gerade richtig ist es. Weswegen hat denn Wolfgang Schäuble die Islamkonferenz begonnen und Religionsunterricht an Schulen propagiert. Weil wir nicht wollen, dass in Koranschulen, in Hinterhöfen irgendwelche merkwürdige islamische Religion gelehrt wird, sondern unter staatlicher Aufsicht in unseren Schulen eine Art Islamkunde und islamischer Unterricht stattfindet. Warum kümmere ich mich jetzt um Wohlfahrt? Weil ich möchte, dass wir kultursensibel mit jungen und alten Menschen in der Jugendarbeit und mit den Älteren so miteinander umgehen, dass wir Respekt haben, dass wir Toleranz entwickeln. Arbeit miteinander ist das Beste gegen Vorurteile. Aber kriegen Sie jetzt eigentlich diesen Spagat hin, Herr Innenminister, zwischen Ihrer Aufgabe für Sicherheit zu sorgen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Integration voranzutreiben? Müssen Sie jetzt nicht eine Priorität setzen? Nein, Integration ist das beste Mittel für Sicherheit. Ich bin auch der Minister für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und es ist kein Widerspruch, eine harte Hand des Rechtsstaates gegenüber Gewalttätern zu zeigen und eine offene Hand für diejenigen, die sich hier im Lande rechtstreu verhalten, zu zeigen. Sie haben gerade schon kritisch verwiesen auf all die, die das jetzt politisch nutzen wollen. Das beschäftigt auch unsere Zuschauer. Björn Raddatz fragt über Facebook eine Frage an Sie. Wie gefährlich sind die Pariser Morde? Heizen Sie nicht auch die islamfeindliche Stimmung an, die beispielsweise durch Pegida geschürt wird? Was antworten Sie? Das liegt an uns, ob das geschieht. Ich meine, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Pegida hat gesagt, wir haben Angst vor einer Islamisierung. Jetzt haben wir einen möglicherweise islamistischen Anschlag. Und jetzt sagen Sie, seht ihr, wir haben ja Recht gehabt. Wir haben doch vor dem Islamismus gewarnt. Das heißt, Islamisierung und Islamismus wird gleichgesetzt. Das ist nicht in Ordnung. Auch ich warne vor dem Islamismus. Wir kämpfen gegen den Islamismus. Aber eine Gefahr der Islamisierung, dass wir hier Weihnachtsmärkte nicht mehr Weihnachtsmärkte nennen dürfen, dass es eine Pflicht zum Kopftuch tragen gibt. Und all dieser Unsinn, dem muss man hart widersprechen. Und haben sich heute Vertreter der sächsischen AfD, die ja dort im Landtag sitzen, mit Pegida getroffen und haben jetzt festgestellt, dass sie inhaltliche Schnittmengen durchaus haben in einem Land, das CDU regiert ist. Das alles. Was raten Sie denn jetzt Ihrer Partei, der CDU, der Union? Abgrenzen oder drücken sich da nicht in der ganzen Diskussion auch Ängste aus, die CDU-Wähler haben und die man entsprechend ernst nehmen muss? Abgrenzen und die Themen abarbeiten, die wir für richtig halten, die zum Teil diese Sorgen adressieren. Und die Sorgen heißen, ist die Globalisierung gut oder schlecht für uns? Was bedeutet es, wenn so viele Flüchtlinge kommen und ein Flüchtlingskind in meine Schule kommt? Was bedeutet das für den Lernfortschritt meines Kindes? Wird es deswegen langsamer lernen? Gibt es eine höhere Kriminalität da, wo Asylbewerber sind? Das sind ja ehrlich gesagt berechtigte Fragen. Nur die Fragen, die müsste ich doch nicht deswegen adressieren, weil Pegida sie stellt. Aber hat die Politik doch versagt, wenn die auf einmal hochkommen und eine solche Bedeutung bekommen? Nein, wir haben ja nun mal einen Anstieg von Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen in einem Jahr gehabt. Wir haben Hunderttausende von Ehrenamtlern, die sich darum kümmern. Wir haben Bürgerversammlungen in jedem Ort, wo diese Fragen diskutiert werden. Der Bund fördert auch entsprechende Migrationsberatungsstellen und all das. Ich kann das auch in meinem Wahlkampf sagen. Da gibt es ein, je konkreter gearbeitet wird an diesen Projekten, umso weniger haben Rechtsextremisten eine Chance. Nochmal, alle diese Themen müssen adressiert werden, aber nicht auf der Basis der Tagesordnung. Von Pegida. Haben wir zum Schluss noch eine kurze Frage. Viele unserer Zuschauer bewegt das. Und Adea Herold hat ebenfalls über Facebook gefragt, wie gehe ich als Mutter mit dieser Situation jetzt um? Wer und wie nimmt man mir die Angst? Wie kann oder muss ich meine Familie schützen? Fragt sie. Ich hoffe, Väter können genauso fragen wie Mütter. Angst ist immer schlecht. Das Wort Terror kommt aus dem Lateinischen und heißt Furchtangst. Terroristen wollen Furcht einflößen. Und die beste Antwort gegen Terroristen ist, dass wir keine Furcht haben. Es war doch großartig, dass in einer Sitzsituation, wo noch möglicherweise die Täter mitten in Paris waren. Und sie haben ja brutal um sich geschossen, dass Hunderttausende von Parisern auf die Plätze gegangen sind und haben gesagt, wir haben keine Angst, wir sind da. Also keine Furcht haben, ist das Erste. Das Zweite ist, stolz auf Freiheit sein, ist das Zweite. Das Dritte ist natürlich, wachsam sein gegenüber Radikalisierung. Bei diesen Sorgentelefonen, die wir haben, gegen Radikalisierung junger Menschen, rufen Mütter und Schwestern an. Anonym, weil sie sich Sorgen um ihre Kinder und Brüder machen. Also eine wachsame, wehrhafte, stolze Haltung als Demokraten ist gegen Terroristen immer das Beste. Herr de Maizière, vielen Dank für dieses Gespräch. Im ZDF-Programm, meine Damen und Herren, lädt Sie jetzt unser Autor Gerd Anhalt ein zu einer Reise in den Oman. Schönen Abend noch von Ihnen, von uns allen aus Berlin und vielen Dank für Ihr Interesse. Sehr gewarnt. Die Formulierung, die Lage ist ernst. Wir haben Grund zur Sorge und Vorsorge, nicht aber zur Angst und Panik. Verwende ich seit einigen Wochen. Die Zahl der sogenannten Gefährder ist so hoch, wie wir sie nie hatten, bei ungefähr 260. Das sind Menschen, die wir für gefährlich halten. Wir sind natürlich auch konfrontiert mit den sogenannten Reisenden, den Dschihadisten, Syrien und Irak. Wir kommen sicher noch darauf. Sodass wir auch als Raum der Freiheit, wie Frankreich, als diejenigen, die gegen den sogenannten islamischen Staat, gegen den islamistischen Terror kämpfen, auch ein Raum der Gefährdung sind. Allerdings gibt es keine konkreten Hinweise auf eine Anschlagsplanung in Deutschland. Aber man hört daraus, Sie waren eigentlich nicht wirklich überrascht, dass so etwas passiert, jetzt in Frankreich. Sie sagen, es könnte im Prinzip auch hier passieren. Musste man im Grunde damit rechnen, dass es eine Frage der Zeit ist, dass ein solches Attentat ausgibt? Ich würde jetzt nicht sagen, es könnte auch hier passieren, sondern ich bevorzuge die Formulierung, ein solcher Anschlag ist auch in Deutschland nicht auszuschließen. Und er ist auch nicht durch noch so gute Polizeiarbeit zu verhindern. Wenn Sie sagen, ich bin nicht überrascht gewesen, das stimmt auch nicht. Selbst wenn man immer als Innenminister in so einer Lage auf der vorderen Stuhlkante sitzt, innerlich, wenn es dann geschieht, ist es immer ein Schock. Verblüffend war ja die militärische Präzision und die geradezu kalte, brutale Entschlossenheit, mit der die Täter offenbar vorgegangen sind. Die gehörten ja keiner Gruppe an. Geht die Gefahr auch hier in Deutschland jetzt von Einzeltätern aus, die eben nicht organisiert sind, die sich alleine zu zweit, zu dritt vielleicht zu einer solchen Tat entschließen könnten? Ich kann nicht bestätigen, was Sie sagen, dass Sie keiner Gruppe angehören. Wir wissen es noch nicht. Und wir sollten auch vorsichtig sein bei der Beurteilung der Täter, deren Hintergründen. Die Tatbegehung jedenfalls spricht für nicht nur brutalste Gewaltanwendung, kaltblütigster Art, sondern auch für ein hohes Maß von Professionalität. Das kennen wir von Al-Qaida zum Beispiel. Aber wir wissen es nicht und ich möchte darüber schon gar nicht aus dem Ausland spekulieren. Mein französischer Kollege hat mich und einige Kollegen eingeladen für Sonntag 11 Uhr. Dort werden wir zusammentreffen, um uns solidarisch zu zeigen, um Informationen auszutauschen, um auch zu überlegen, was in unseren Ländern zu tun ist. Was die Lage bei uns angeht, so haben wir natürlich nach wie vor die Bedrohung von Al-Qaida. Und hinzugekommen ist, dass, was Sie sagen, Einzeltäter-Rückkehrer. Wir haben vielleicht 180 kampfabhobte Rückkehrer aus Syrien und dem Irak, die möglicherweise bereit sind, Anschläge zu machen. Und die haben Sie im Visier, die werden überwacht. Das war ja die Frage, die nach den Einzeltätern. Man liest für jeden, der überwacht werden soll, rund um die Uhr, braucht man im Grunde 60 Mann, 60 Beamte, die das machen. Da stößt doch einfach die Sicherheit an Grenzen, oder? Das kann man nicht darauf machen, aber ich will Ihnen auch sagen, noch gerne, nun gibt es nicht nur diese Studie, sondern es gibt sicher, ich würde es mal durchaus hart formulieren, so etwas wie ein Generalverdacht über die Frage, ist der Islam demokratiefähig? Das ist so. Und da muss ich gar nicht jetzt auf Pegida warten und von denen irgendwie uns die innenpolitische Agenda dominieren lassen. Diese Frage gibt es. Und die Frage ist auch berechtigt, wenn die Bürger diese stellen. Und wie beantworten Sie sie? Und ich wollte erst mal das aufnehmen, dass es jetzt keinen Sinn macht, so zu tun, als gibt es nicht diese Fragen. Wir drei und unsere Zuschauer haben wahrscheinlich gelernt, dass es ein Segen für Europa war, dass es gelungen ist, von Prinz Eugen und anderen die Moslems vor Wien zurückzuschlagen und die europäische Geschichte anders geworden wären. Das ist alles wahr. Aber die Millionen von Moslems, die hier leben, beweisen jeden Tag, dass die Vereinbarkeit von islamischem Leben in Deutschland und der Demokratie funktioniert. 120 Gelehrte der ganzen Welt haben jetzt gesagt, die Berufung der Gewalttäter auf den Islam hat nichts mit dieser Religion zu tun. Ich sehe in dem, was Sie sagen, eine Chance, in der Lage, in der wir jetzt sind, dass dort es zu einem neuen Abbau eines solchen Generalverdachts kommt. Die Islamverbände haben sich distanziert. Aber es scheint doch so, Herr Demerser... Am Freitag, das will ich ja noch sagen, morgen werden von jeder Moschee in Deutschland, wird diese Gewalt verurteilt. Das heißt, ja, es gibt diesen Generalverdacht. Aber wir müssen alles dafür tun, um ihn abzubauen. Aber es gibt doch nicht nur einen Verdacht. Es gibt doch auch den Eindruck, dass die Verbände, die Gelehrten, die Theologen sich sozusagen nicht durchsetzen können. Und ist es nicht eine Erkenntnis gerade des gestrigen Tages, dass es, wenn auch nur in Einzelfällen im Islam, schon eine gewisse Anfälligkeit gibt für Extremismus, Brutalität, Grausamkeit? Nein, das geht mir zu weit, zu sagen, dass es im Islam das gibt. Es gibt Menschen, die sich darauf berufen. Wir haben im Christentum eine große Debatte, wenn ich mal unsere Zuschauer da erinnern darf. Was ist der Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? Sozusagen das Alte Testament oder das Neue Testament ist die Botschaft der Versöhnung. Das ist etwas Neues. Daran haben wir Christen auch erst gearbeitet. Aber ich finde diese Debatte auch innerhalb der Muslime, die ist richtig. Die können sie auch am besten führen. Und das Beste gegen diesen Generalverdacht, den ich nochmal sehe in der Bevölkerung, ist, dass wir dagegen anarbeiten. Interessant ist, dass da, wo viele Muslime leben, wo es viele Begegnungen gibt, sind die Zahlen geringer. Und wir kennen das früher, es hieß sozusagen, die Türken sind vielleicht doof, aber mein türkischer Gemüsehändler um die Ecke, der ist gut. Das kennen wir sozusagen aus dem alten West-Berlin. Und diese Art von Begegnung ist ganz wichtig. Die Frage ist, aber wir müssen diesen Verdacht, wir müssen diese Kritik sehen und uns daran abarbeiten. Genau. Und die Frage ist, ob Sie sozusagen die richtigen Mittel finden. Sind möglicherweise Islamkonferenzen und Integrationsgipfel nicht das Richtige, wenn nach wie vor 60 Prozent der Bürger meinen, dass der Islam mit den westlichen Werten nicht zu verbinden ist? Gerade richtig ist es. Weswegen hat denn Wolfgang Schäuble die Islamkonferenz begonnen und Religionsunterricht an Schulen propagiert? Weil wir nicht wollen, dass in Koran keine Gruppe angehören, wir wissen es noch nicht. Und wir sollten auch vorsichtig sein bei der Beurteilung der Täter, deren Hintergründen. Die Tatbegehung jedenfalls spricht für nicht nur brutalste Gewaltanwendung, kaltblütigster Art, sondern auch für ein hohes Maß von Professionalität. Das kennen wir von Al-Qaida zum Beispiel. Aber wir wissen es nicht und ich möchte darüber schon gar nicht aus dem Ausland spekulieren. Und mein französischer Kollege hat mich und einige Kollegen eingeladen für Sonntag 11 Uhr. Dort werden wir zusammentreffen, um uns solidarisch zu zeigen, um Informationen auszutauschen, um auch zu überlegen, was in unseren Ländern zu tun ist. Was die Lage bei uns angeht, so haben wir natürlich nach wie vor die Bedrohung von Al-Qaida. Und hinzugekommen ist, dass, was Sie sagen, Einzeltäter-Rückkehrer, wir haben vielleicht 180 kampfobhobte Rückkehrer aus Syrien und dem Irak, die möglicherweise bereit sind, Anschläge zu machen. Und die haben Sie im Visier, die werden überwacht. Das war ja die Frage, die nach den Einzeltätern. Man liest für jeden, der überwacht werden soll, rund um die Uhr, braucht man im Grunde 60 Beamte, die das machen. Da stößt doch einfach die Sicherheit an Grenzen, oder? Das kann man nicht darauf machen, aber ich will Ihnen auch sagen und auch gerne unseren Zuschauern sagen, wir haben seit Jahren einen Maßnahmenkatalog vorbereitet für solche Fälle, auch für Terroranschläge im Ausland, die wir jetzt auch anwenden. Nicht nur im gemeinsamen Terror- und Abwehrzentrum, sondern auch in anderer Weise. Zufällig hatte ich am gleichen Tag die Chefs der Sicherheitsbehörden bei mir, wir haben darüber beraten. Es gibt einen engsten Fahrplan, wie das dann im Einzelnen abläuft. Es gibt eine immer neue Gefährdungsbewertung, auch was Einrichtungen angeht, in dem Fall journalistische Einrichtungen, französische Einrichtungen. Wir gucken uns in besonderer Weise die Gefährder an. Wir sind besonders wachsam, wir fahren gewissermaßen Maßnahmen hoch für solche Anschläge. Das ist geschehen. Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass wir das tun, was wir können. Allerdings bitte ich um Verständnis, dass ich über die Details aus taktischen Gründen nicht viel sagen möchte. Aus Frankreich wissen wir ja, Herr Innenminister, dass es in den letzten Tagen und Wochen eine ganze Reihe von Anschlägen gegeben hat, die nicht ganz so spektakulär waren. Und der französische Präsident hat gestern gesagt, es seien in den letzten Wochen auch sechs Anschläge, große Anschläge möglicherweise, verhindert worden. Gilt das auch für Deutschland? Waren die Behörden in den letzten Wochen, Monaten so erfolgreich, dass sie Anschläge verhindert haben? Das kann ich nicht bestätigen, dass wir Anschläge verhindert haben. Aber wir haben natürlich viel gemacht. Ich habe das Betätigungsverbot für den sogenannten Islamischen Staat erlassen. Wir haben über 400 Ermittlungsverfahren. Jede Woche wird von der Bundespolizei jemand an der Ausreise gehindert. Wir hindern Betreffende an der Wiedereinreise. Wir haben Durchsuchungen. Wir finden auch Waffen in Wohnungen. Das heißt, in einem sehr frühen Stadium greifen wir ein, wenn es möglich ist. Nicht alles erzählen wir dann der Presse, weil wir natürlich auch Strukturen, Hintermänner und Ähnliches versuchen wollen. Ob wir dadurch einen Anschlag konkretermaßen hochfahren, jetzt aber auch in vergleichbaren Fällen, gehört auch, dass wir alle uns vorliegende Hinweise noch einmal durchgucken. Telefonüberwachungsmaßnahmen, alles was es dort gibt, um zu gucken, ob es im Blick auf diese Lage vielleicht eine neue Lage gibt. Im Moment kann ich das noch nicht sagen. Aber wir tun, was wir können, denn jeden Tag kann eine neue Lage sein. Und das ist das, was jetzt ansteht. Das ist so ein bisschen jetzt die Sicherheitslage gewesen. Nun sehen wir ja schon in Frankreich und in Ansätzen auch hierzulande, dass eine Debatte über die Integration und die Grenzen der Integration beginnt. Erwarten Sie eigentlich auch hier jetzt nach diesem brutalen Attentat negative Auswirkungen auf das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen? Das versuchen ja einige. Und dadurch, dass Sie die Worte, ich fürchte mich vor der Islamisierung, mit dem Satz, ich fürchte mich vor dem Islamismus gleichsetzen, das ist schäbig. Ich habe auch Sorgen vor Islamismus. Und alles, was wir die letzten Minuten besprochen haben, zeigt das. Wir kämpfen gegen den sogenannten islamischen Staat. Wir kämpfen gegen Salafismus. Wir sind hart als Rechtsstaat unterwegs im Blick auf diese Formen von islamistischem Fundamentalismus. Das ist aber etwas ganz anderes als eine angebliche Sorge vor einer Islamisierung. Die ganz große Mehrheit der Muslime, die bei uns leben, sind rechtstreu, bekennen sich zu unserem Land, zum Vorrang des Rechts. Sie halten der Fußball-Nationalmannschaft die Daumen, sie zahlen Steuern, sie wollen nichts damit zu tun haben. Und ein Teil dieser Täter, oder die das jetzt instrumentalisieren, wollen uns in eine Religionsdebatte, in einen Religionskrieg hineintreiben. Und dem muss man hart widersprechen. Sie beschwören das ja geradezu, Herr de Maizière, in den letzten Tagen, diesen Konsens zur Integration. Aber es gibt Zweifel in unserer Bevölkerung und über die muss man schon reden. Eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung, die gerade heute erschienen ist, besagt, dass 57 Prozent der Nicht-Muslime in Deutschland den Islam für bedrohlich oder sogar für sehr bedrohlich halten. Und diese Werte steigen kontinuierlich in den letzten Jahren. Belegen diese Zahlen doch nicht auch, dass es diesen Konsens nicht gibt? Nun gibt es nicht nur diese Studie, sondern es gibt sicher, ich würde es mal aber durchaus hart formulieren, so etwas wie einen Generalverdacht über die Frage, ist der Islam demokratiefähig. Das ist so. Und da muss ich gar nicht jetzt auf Pegida warten und von denen irgendwie uns die innenpolitische Agenda dominieren lassen. Diese Frage gibt es. Und die Frage ist auch berechtigt, wenn die Bürger diese stellen. Und wie beantworten Sie sie? Und ich wollte erst mal das aufnehmen, dass es jetzt keinen Sinn macht, so zu tun, als gibt es nicht diese Fragen. Wir drei und unsere Zuschauer haben wahrscheinlich gelernt, dass es ein Segen für Europa war, dass es gelungen ist, von Prinz Eugen und anderen die Moslems vor Wien zurückzuschlagen und die europäische Geschichte anders geworden wären. Das ist alles wahr. Aber die Millionen von Moslems, die hier leben, beweisen jeden Tag, dass die Vereinbarkeit von islamischem Leben in Deutschland und der Demokratie funktioniert.